Ich brauche so schnell wie möglich die Passwörter. Nur so komme ich an die Formel zur effizienteren Energieproduktion. Dann spielen wir einen falschen Code auf die Systeme und schalten damit das ganze Kraftwerk ab. Wehe ihr versagt! Und jetzt raus hier! Der Countdown zur Datenschutzverordnung der Europäischen Union läuft und die Uhr tickt schnell. Vor allem Unternehmen für das staatliche Gemeinwesen sollten auch auf das Passwortmanagement achten. Herzlich Willkommen! Grüß Sie! Sie müssen neu sein. Ich bin der neue Mitgliedstaat. Freut mich sehr. Schauen Sie, hier hinten haben wir für Sie einen Arbeitsplatz eingerichtet und wir können Sie sicherlich für Ihre berufliche Zukunft etwas mitnehmen. Vielen Dank! Passwort Safe ist die richtige Software für Sie. Sehr gut! Wann können wir die Software bei unserem Kraftwerk einsetzen? Wir können die neue Software heute noch auf allen Rechnern installieren. Oh, hi! Genial! Und wie sieht es mit der Sicherheit aus? Die Software ist nicht zu knacken. Denn doch unsere zentralisierte Team-Datenbank und unsere rollmasierte Zugriffskontrolle bietet Passwort Safe dementsprechend die beste Möglichkeit alle Passwörter in Ihrem Unternehmen zu schützen. Das heißt wir können heute noch unsere Daten vor der Konkurrenz schützen. Richtig! Denn Passwörter sind wie Sicherheitsschlüssel. Das beste Schloss bringt nichts, wenn der Schlüssel in die falschen Handy gerät. Wie sieht denn Arbeitsplatz aus? Ist ja ganz schlimm. Also jetzt reicht's endgültig! Ich arbeite seit so vielen Jahren in dieser Firma! So muss ich mich von niemanden behandeln lassen! Und von Ihnen schon dreimal nicht! Ich kündige! Und das sofort! Die sind die meisten Ergebnisse aus der Entwicklung! Die sind die meisten Ergebnisse aus der Entwicklung! Die sind die magistrativen Hey, Boss. Keine Chance. Dein Passwörter sind alle sicher. Da hilft nicht mal ein Brute-Force-Angriff. Bist du Vekorn? Du? Ich schon, seid bei uns. Ihr isst meine Burger nur noch mit Fleisch. Habt ihr los im Kopf. Ich verwechsel das alles. Unsere zentralisierte Teamplattenbank und unsere rechte gesteuerte Schmarrn-Dingfonds.